Herr Handwerksmeister, mach ich das hier ordentlich. Ja, das machst du ausgezeichnet? Nein, hier stimmt irgendwas nicht. Nee, 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 irgendwas ist versaut. Ja. Ja. Soll ich helfen? Ja, mach mal ordentlich. Hast du Holz? Ich geb dir Holz. Nee, ich geb mir Holz. Ich geb mir Holz, ja, ja, gib mir Holz. Äh, warte, da ist, äh, wie geb ich Holz? Ähm. War noch mal kleine Blöcke machen. Äh, äh, Shift. Wie geb ich dir Holz? Auf Kuh, da hast du Holz. Hey, danke. Ähm, Treppe hab ich auch schon. Soll ich mal eine Treppe bauen? Soll ich die Treppe hinschmeißen? Äh, Treppe, da stehst du gerade drauf. Das ist ja... Ja, mein Sohne Treppe. Genau, das ist ja die Treppe, da stehst du gerade drauf. Das sieht so aus, als ob du es gerade ziehst. Okay, alles klar. Jo. Bitte, mein Unwissen. Dein Fehlverhalten wird toleriert. Dieses Mal. Ausnahmsweise. So, äh, ich suche Mineralien. Kann sein, dass du, wie schon wieder unterwegs bist, den Planeten... Der löchert schon wieder durch, ja. Ja, das würd ich ja machen. Ich hab gesagt, ich bin ja in ein Loch gefallen. Jemand kam zu meiner Rettung. Die Ausrede, die hat er sich wie lange überlegt? Du holst es viel zu weit weg auf der Tastatur. Außerdem sind mir die Fackeln ausgegangen, deswegen bin ich hier im Dunkeln. Naja, ich hab meine Taschenlampe. Ich und meine Taschenlampe? Mein kleiner Proviant. Wir haben ein Kreuz für dich aufgestellt. Wir werden uns an dich erinnern. Licht. Wie sehen diese... Oh, 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 ich sterb gleich. Ach so, man konnte ja nicht einfach... Man muss jetzt länger an der Luft bleiben, damit sich das wieder auffüllt. Hab ich vergessen. Wäre fast gestorben. Hast du jetzt eigentlich eine Spitzhacken? Nein. Brauchen wir ja... Eisen. Irgendwas. Wo gibt's jetzt dieses Zeug? Was du gemeint hast? Das ist... Solchen Steinen. Voraussagt. Solche Steine sind sehr präzise. Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Sau mehr. Na gut. Ich brauch unmöglich eine Spitzhack oder sowas, ey. Gibt gar nichts. Na furchtbar, ey. Nachs. Toll. Ich brauch ein Eisen. Ganz dringend. Kann man sein hier. Ach so, ich wollte ja... Oh nein, nein, nein. So, die nächste Quest nach Kupfer ist... Juri, du feierst schon ja gut. Wie, du hast schon... So, du hast ja schon 10. Der nächste Schritt wäre sowieso gewesen, dass wir das Nächstes gemacht hätten. Und zwar der Dings, der Amboss. Ich hab leider nicht genug Eisenwerfer gefunden. Er ist jetzt schon ein Fickelchen, ne? Also... Ja, irgendwie Kohle, 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 ne? Aber... Ich brauch Fackeln. Mach mir Fackeln. Warum kann ich keine Fackeln craften? Weil mir Holzblecks fehlen. Okay. Stimmt, deswegen bin ich hier wieder hochgekommen. Ich pack hin. Oh, 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 Kohle. Hört ihr eigentlich auch volle Lautstärke, das Spiel? In Gottes willen, nein. Ich hab das wunderbar runtergedreht. Das säuselt so leicht im Hintergrund. Sehr angenehm, ja. Ja. Der kommt auch nicht mehr in der 3er Höhe durch, ne? Oh. Oh Gott. Tschüss, Juri. Was ist da passiert? Ist auch gerade richtig weggehauen. War nicht sehr schön. Naja, nicht sehr nett von ihm. Da hat er sich wohl überladen gehabt. Also ich find seine besagten Steine, find ich bis jetzt noch nicht. Da geht's rein. Da wird der Kronkh jetzt auch wieder Starboden spielen wie dem Wahnsinn, ja. Ja, vermutlich. Ich mein, das ist ja auch richtig toll. Oh, ich hab ne Lampe gefunden. Ach so, warte mal, ich müsste ihn, glaub ich, nochmal gleich wieder da. Ja. Na denn, aber er ist nicht im Chat. Ach ja, stimmt das. Das ist ja der Motorradkorene. Ja, ja, richtig. Ich hab mal ein Auge drauf, wenn er hier wieder reinkommt. Oh, überall Kohle. Na gut. Muss halt Kohle machen. Psst. Warte, da kurz ein Schwarzbild. Schon wieder tot. Oh, ich auch gleich. Ich bin tot. Ja, dieses Schwerse, ein bisschen Stahl zu finden oder Eisen oder so. Ist auch nicht. Ja, furchtbar, ey. 20 Gore-Fragmente. Ah, und diese Szenenbahnen von raffinierten Kupfers sind dafür da, um mein Abbaugerät zu versterben. Genau. Erstmal das und dann irgendwie später wahrscheinlich auch irgendwie noch das Schiff zu fixen. Das ist cool. Also denken wir uns zumindest. So, wo bleibt er denn? Das ist ja cool. Okay. So, ich hab besagte Steine aber immer noch nicht gefunden. Hallo. Hallöchen. Ähm, komm doch einfach mit mir. Soll ich mit dir mitgehen? Ja, natürlich. Ja, komm. Zusammenschaffen wie das. Du musst nur mal auf dem linken Bildschirm ein bisschen ein Auge haben, ob der... ...der Gestrandete jetzt gleich wiederkommt. Ist das eine Einhandwaffe oder eine Zweihandwaffe? Äh, das ist eine Einhandwaffe, aber... ...auf das andere Schwert, das ist so ein Kurzhänder, siehst du das? Ja, das ist kacke. Nee, lieber ein Kurset. Hier, komm her. Kacke, ich hab ja das. Ich hab, ähm, noch einen, äh, Shaki Cutter, 47 Schaden und, äh... Meine machen 41 und 34. Hier, bitte, ich hab hier noch einen 352. Äh. Äh, Kuh ist das, glaub ich. Ähm. Bitte. Ja, das ging über mich hinaus, danke sehr. Was ist das? Ist das ein Kurzhandschwert, oder? Ja, geht. Boah, der war gut. Richtig gut. Markus, wir sind wieder zusammen, bist du doch. Hier weiter, ungeschlagen. Hier bist du rein, oder was? Ja, hier war ich auch. Komm mit. Yeah, es läuft bei uns so. Aber du bist schon wieder ein bisschen kapatt. Das ist nicht so schlimm. Alter, wieso auf mir immer? Wieso immer auf dem Affen? Warst du eine Banage? Nee, noch nicht. Das ist ein großer Planet, das wissen wir hier alles gar nicht. Das können wir ja gar nicht überprüfen, was das ist, wie groß dieser Planet hier ist. Also, hier war ein bisschen größer zu sein. Ja, wird auf jeden Fall so sein, aber... So, hier war ich ja auch schon. Kleine Kisten mit. Der hat mich runtergekramt. Pass auf. Ich kann gleich noch weiter. Oh, da ist ein Dungeon. Da war der Dungeon, der du sagten. Komm mal mit, komm mal mit. Ja, komm mal mit. Komm mal mit. Okay, okay, okay. Oh, nett. Ja, ja, ja. Weiter, weiter, weiter. Weiter, 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 okay. Also, drei, vielleicht zum Eingang. Da. Alter. Okay. Aua. Ja. Wir müssen doch hier noch ein Klinge anbringen. Warte, warte, warte. Au, 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 was ist das? Ein Monster. Ein kleines Monster. Ich brauche eine Ballage. Oh, fuck. Komm, komm, komm. Der kommt hier hoch. Zusammen schaffen wir den. Was ist denn das? Attacke. Ach, der kann gar nichts. Der kann gar nichts. Oh, ja, ja. Sagt Kranianus. Das hast du getötet, aber... Oh, du kannst ja... Hast du in die Kisten reingeguckt? Da ist Geld drin. Oh, die Kiste. Ah, doch. Oh, fuck. Oh, hier gibt es ganz viele davon. Ich habe da nicht hingeschaut. Die Fässer gehen nicht. Hier, man kann sich auch hier reinlegen, gell? Kannst du auch in Ordnung knacken. Genau, mal gucken wir gleich. Ja, hier kuscheln ist nicht, ne? Oh, was? Ja. Ist das gut? So, jetzt bin ich wieder voll. Kannst du... Warte, ich gucke gerade mal. Ich tappe mal kurz raus aus dem Spiel. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Ähm. Also, in... Skype ist er noch online, aber... Na, wenn er aber nicht mehr bei Steam ist, ne? Achso, ist er auch nicht mehr bei Steam online? Ne. Okay, uhha. Na, da hoffen wir vielleicht Stromausfall oder so. Könnte ich mir vorstellen. Ich hoffe jetzt in den Stromausfall. Ja, dass ihn noch ein bisschen ärgert ist, dass der nicht im Vollbildmodus bleibt. Das ist... Du hast schon alles gelootet jetzt, oder? Ne, noch nicht. Aber da war womit nichts mehr drin. Oh, hier. Oh, guck mal. Kupfer. Oh, yeah. Kupfer. Oh, du Sau. Nochmal, Kupfer. Oh, was? Muss schneller sein. Oh, Holz. Ja, soll man schneller sein, ne? Ja, ja. Mich auch. Komm, mach mal. Beiseite. Die Vasen zerschlagen, ne? Da ist noch so ein dicker Mob. Kupfer. Wie braucht man denn für einen Bahn? Äh, puh. Äh, fünf. Oh Gott. Weg ist er. Kackeln. Ja, sehr gut. Gehst du weiter runter? Ah, komm mal mit. Hier ist grad schick. Hast du noch was? Ne, aber hier. Boah, toll. Sieht schick aus. Ja, ist sehr schön, ne? Cool, der Fisch da unten. Ja, der Fisch. Der Fisch, der Fisch. Der geht noch weiter. Der Fisch, der würde mich angreifen. Sehr. Mal gucken. Wir sehen, was dahinter noch ist. Was ist noch der Ewigkeit? Komm mal mit drauf. Gab's da nicht noch den großen Materie-Manipulator, der dann, äh, 3x3 hatte? Feldern, glaub ich, alle. Dann müssen wir erst mal hinkommen, oder? Naja, ich glaub, das kriegst du ja jetzt hier mit, äh, 10 Chopper-Bahnen oder so. Könnte ja jetzt noch irgendwie schon ausreichen. Bist der Wahnsinniger, oder? Jo. Ne Frage. Oh Gott. Ja, kann nix. Ich glaub, wir müssen runtergestahlen, ne? Kupfer, oder Eisen. Oder Kupfer. Kupfer, erstmal Kupfer, Eisen. Oh, hier ist auch nix mehr in der Wand drin, oder? Guck mal, das ist nur so. Ey, ist grausam, oder? Haben sie extra einen Low, ähm, gut Planeten, das ist der da, ey. Oh, da oben ist was. Ne, doch nicht. Wollte ich fang ja wieder aufsammeln. Ja, da oben ist wieder, äh, Ecke. Ja, ja. Warte mal, ich kann hier mal WhatsApp. Ich würde denken, dass es eben das ganze Internet gerade zusammengehauen hat. So, wir kommen jetzt wieder zurück. Ähm. Ähm. Ich weiß wie. Lass mich jetzt wenigstens noch raus. Lass mich raus. So. Reicht noch nicht? Reicht noch nicht. So, jetzt. Sehr schön. Danke sehr. Dank. Im Leben. Gut. Ach, hier hast du dich reingegraben. Okay. Aua. Internet gerade weg, sagt er. Werde gleich wieder da sein.